Lassen Sie sich von der Steuerfahndung höchstens die Zeit stehlen, aber nicht mehr die Existenz. Sind Sie für Ihre überdurchschnittlichen Leistungen im Beruf und im Geschäftsleben bekannt? Und gönnen Sie sich etwas von dem, was Sie geschaffen haben? Dann müssen Sie jede Minute damit rechnen, ungebetenen Besuch von der Steuerfahndung zu bekommen. Mein Ratgeber kann diesen staatlichen Überfall leider nicht vermeiden. Aber er verhindert, dass Sie sich in diesen entscheidenden Minuten, in denen Sie mit dem Fahndungsbeamten alleine sind, durch falsches Verhalten um Ihre Existenz bringen. Wirklich, die allererste Phase ist die alles Entscheidende. Ihr Anwalt oder Steuerberater kann ja nicht so schnell bei Ihnen sein, um sich vor dem gemeinen Psychofahren zu schützen. Nur wenn Sie glasklar Bescheid wissen, wie Sie sich korrekt verhalten und sich nicht um Kopf und Kragen reden oder handeln, kommen Sie mit einem blauen Auge davon. Überdies zeigt Ihnen dieses Buch, wie Sie anschließend die Jäger zu Gejagten machen und Ihr beschlagnahmtes Eigentum souverän zurückfordern. Lassen Sie sich helfen, von meinem Buch raus aus den Fängen der Steuerfahndung, damit Sie die Steuerfahnder nicht eiskalt um ihr Lebenswerk bringen. Werken Sie sich helfen, von dem Gewalt zu Gejagten machen und ihr Lebenustdienst? Vielen Dank.